hallo und herzlich willkommen bei red campbell ich bin viel auf die jahr nach dem ticket und heute ist mal wieder das spiel im weg rise of kingdoms das werden wir sofort starten ich habe ja das schon gestern gespielt gehabt sah eigentlich ganz gut aus aber wenn das auch so ist dass die ganzen ressourcen verlierst wenn man stirbt durch den gegner angriff das ist sowas was ich wieder scheiße finde na gut mal schauen muss was runterladen jede kultur hat ihre eigene spezialeinheit ok hier sind für die roten punkte was man machen kann und das war der eine rote punkt hier sind drei rote punkte noch ein roter punkt bestimmt das mit gemeint ja es ist hier ein roter punkt beanspruchen beanspruchen hospital 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 Der W2 war das, ne? Ach, da. Ein Griff. Sieht das gut für mich aus, oder nicht? Steht da irgendwas? Ich hab nur von Gegnern die Lebensanzeige gefunden, aber meine? Keine Ahnung. Komm, dann gehen wir mal wieder rein. Beanspruchen, beanspruchen. Heilen. Beanspruchen. Beschleunigen. Okay. 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 haben wir den noch, Talente, Brunschütze, Organisierung, Fähigkeiten, komm gehen wir erst auf Fähigkeiten gut, bei der Talente wird 0 Talentpunkte System, ein Geschenk, Dankeschön dann haben wir da wieder was ein Geschenk, Dankeschön aufwerten ok, gut, gut also, um mal weiter was zu machen, muss man oben auf die Schriftrolle gehen und die sagt dir, was du nach und nach machen musst ach, das sieht tages aussehen, also ist das hier wichtig da habe ich ja in 10 Sekunden fertig, da brauche ich keine Beschleunigung zu benutzen Straße bauen und Okay. Noch ein weiter, dann so, da wollte ich doch gar nicht lang. Oh! Warte mal, erstmal jetzt lesen, was da steht, schon wieder. Okay, 40 von 50 ausbilden. Ich kann auch noch mal 20 ausbilden. Dann halt noch mal 20. So lange bauen wir hier die anderen Sachen hin. Da ist der Bauer. Das müssen wir wahrscheinlich mal ordentlich irgendwie alles hin platzieren. Ich setze das ja jetzt zur Zeit nur alles immer so rein und achte gar nicht drauf, wo was hin gehört. Weil der Bauer muss jetzt immer durch die ganzen Stadt laufen, um das Feld zu bestücken. Level 1, Level 1. Oh, das war schon wieder der heutige Tag für mich. Schauen wir nochmal da, was wir hier kriegen. Ach, das muss ich noch machen. Wechsel. Ein Profilfotter. Ich könnte der hier sein. Nur ohne Bart. Nehmen wir den einfach. Verwenden. Und was ist dann noch? Oh, man kann später noch was freischalten. Oh. 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 Und wir wollen... Auf Level 3 bringen. So. Ah, da nochmal gucken. So, ich würde sagen, das war's für heute, ich werde es mal schließen, mein Ticket abholen. Und das war's für heute und für diese Woche. Wir haben alle Tickets, die man bekommen kann. Hoffe ich jetzt, dass wir jetzt mal was gewinnen. Ist ja jetzt schon die dritte Woche. Vorherige Gewinner war ja bislang nicht einmal was gewesen, aber ich bin ja auch erst seit drei Wochen. Also dann, Daumen drücken und hoffen, dass jetzt was rauskommt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.